Ich war mal wieder mit der Deutschen Bahn unterwegs, bin dort auf Toilette gegangen und hatte wieder eine meiner Stinkbomben dabei, die hab ich natürlich auch platzen lassen und in die Ecke geworfen und mir einen Platz gesucht, von dem ich die Toilette im Blick hatte. Und dann musste zum Glück dieser Herr auf Toilette. Er kam von der Toilette wieder und oh oh, da hat wohl was gestunken. Aber wie immer, schöne Bahnfahrt.